Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Zu Gast heute Ralf. Hi Ralf. Hallo, hallo Leute. Wir sprechen heute über The Killing of a Sacred Deer. Ich will ja mal Secret Deer sagen. Und es handelt sich um einen Film von Georgos Lantimos, einem Griechen, obwohl auch manchmal mit Y geschrieben wird oder gesprochen wird. Oder wird das dann Georgos gesagt? Weißt du das? Ich glaube, so wie du es gesagt hast, aber nicht so krass. Nicht dieses harte Y, sondern so eine Mischung aus G, gehaucht, Y. So kann ich jetzt schlecht beschreiben. Dann sage ich Lantimos. Sag doch Lantimos. Aus dem Jahre 2017, geht es zwei Stunden lang, FSK 16. Das ist sein, ich glaube, das ist sein letzter Film. Davor hat er auf jeden Fall gemacht Dogtooth, für den er dann bekannt wurde, von aus dem Jahr 2009. Dann kam The Lobster mit Colin Farrell, wie jetzt auch hier in dem Film, Killing of a Sacred Deer. Ach Quatsch, 2018 kam ja The Favourite. Intrigen und Irrsinn. Der wurde ja auch ausgenominiert ohne Ende. Habe ich ganz vergessen. Und er hat auch die Auszeichnung gekriegt für die beste Regie für den Film, Ralf. Genau. Hat dieser Film auch Auszeichnungen bekommen? Dieser hier? Nein, gar nichts. Nur Nominierung. Nominierung für die beste Regie auch. Sag bloß. Und für bestes Drehbuch. Na, echt? Okay, okay, okay. Da hört man ja schon was raus. Ja, schon. Gib ich zu. Genau, wie fangen wir an? Handel kurz wiedergeben. Die Handlung ist ja schnell beschrieben, ne? Ja, dann sag mal an. Ein renommierter Chirurg, einem renommierten Chirurg passiert ein Fehler, wahrscheinlich aufgrund Alkoholkonsums, sodass jemand stirbt. Und dann kommt es zu einer Verbindung zwischen dem Chirurg und dem 16-jährigen Sohn des Verstorbenen. Letztendlich lernt dieser Junge dann auch die Familie kennen. Und dann erpresst er den Vater in einer extremen Art und Weise, um Rache zu üben für den Verlust, den er erlitten hat aufgrund der Schuld des Chirurgen. Und das Ganze gipfelt dann in eine Art, sag ich jetzt mal so, Blutbad. Also wir haben hier keinen Katharsis-Effekt oder irgendeine Synthese oder sonst was, sondern es wird einfach zum Schluss durchgezogen. Da ist das okay so beschrieben? Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du auch wirklich den ganzen Inhalt wiedergegeben, also quasi mehr oder weniger, wie es auch weitergeht. Was die erste, also wir können ja direkt so starten, wo jetzt für mich da eine Überraschung war, weil man fragt sich ja am Anfang wirklich, was ist da los mit Colin Farrell und dem Jungen? Also Colin Farrell heißt Steve hier, das sind die Murphys und der Junge ist Martin und der, also alles ist crazy einfach, fangen wir so an. Ja, aber dann vielleicht vorweg eine Frage, die ich noch habe, zum Inhalt. Okay. Und zwar, es kommt ja irgendwann zu dieser Erpressung, klar, aber wir wissen auch, dass die beiden schon sechs Monate miteinander zu tun haben. Seit sechs Monaten treffen die sich regelmäßig. Und wir kriegen ja dann auch die Treffen zum Teil mit, wer ihm eine Uhr schenkt und so weiter und so weiter. So, und jetzt ist die Frage die, war es so, dass die sich, wahrscheinlich aufgrund der Schuldgefühle des Chirurgen, ja, der sich dann um den Sohn kümmern wollte, also, dass die sich einfach so getroffen haben und dass die Rache da noch gar keine Rolle spielte. Und dann kam es dazu, dass der Chirurg dem Jungen anbot, seine Familie kennenzulernen, beinahe so als nach dem Motto Familienersatz, so, dein Vater ist jetzt tot, du kannst bei uns in unsere Familie jetzt integriert werden, so, ne. Was der Junge dann quasi abgelehnt hat und dann gesagt hat, nö, dann ist mir lieber, du wirst jetzt richtig mein neuer Vater, fix meine Mutter und wir machen bei uns zu Hause einen auf Familie. Das wollte der Chirurg nicht und dann gab es dann zum Schluss erst die Idee dieser sonderbaren Rache sozusagen. Oder war diese Rache, wie sie vollzogen wurde, von Anfang an der Plan des Jungen? Also ich hatte eher dieses Gefühl, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, ja. Also zuerst ist nur der Kontakt da, Geschenke werden ausgeteilt, etc. Dann bietet er ihm an, seine Familie kennenzulernen. Naja, hast du jetzt ja gesagt, musst du nicht. Naja, klar. Und, ja, würde ich auch so sagen. Wie siehst du das? Ne, ne, ich sehe das auch so, weil, das alles so ein bisschen so, Affekt wäre jetzt übertrieben gesagt, aber er hatte einfach, er weiß echt nichts mit sich anzufangen. Und ist sowieso schwer hier mit Analyse, würde ich sagen, ne. Also das sind keine echten lebenden Menschen für mich und Figuren und auch nichts Realistisches in dem Sinne. Und alles irgendwie kleine Metaphern, wie es eigentlich immer so ist. Und dass es wirklich so ist, dass er dann sagt so, hm, das reicht mir jetzt nicht. Dann denkt er so, ach, wieso, du könntest ja mein Vater werden, so ungefähr, was du halt gesagt hast, genau. Und dann denkt er so, oh, das ist auch nicht und so. Und ich denke jetzt so, Moment mal, eigentlich ist der ja schuld. So als würde er jetzt erst so auf den Gedanken kommen, ne. Ja, so hatte ich es. Ja, so, und das ist ja so dieses schon fast Verrückte, was einem noch mehr Angst machen muss, als wenn er das jetzt so geplant hätte, so ungefähr. Schon von vornherein, also, gut, beides wäre gruselig, aber der ist so auch unberechenbar irgendwie. Und er wirkt halt echt, der Schauspieler, dieser junge Martin, ne, also gespielt von Barry Keegan, wie der, glaube ich, gesprochen, ist schon echt crazy und echt widerlich. Also, dem möchte man schon einen in die Fresse hauen, ne. Besonders, wenn er da die Spaghetti isst und mit die Kalkenzen spricht und so. Und auch zu sprechen. Absolut. Weißt du was, also, wenn ich so gut schauspielern könnte, würde es mir sogar Spaß machen, in meinem realen Umfeld irgendwie mal auch zwischendurch mal so aufzudrehen wie der Typ. Das war ja echt krass. Ich kenne auch sonst los, Dunkirk oder so, ne. Da ist er anders auf jeden Fall. Ja, ja, also, was das angeht, ist toll, was Schauspieler dann zu Wege bringen bei so einem Film. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt einen bestimmten Einstieg jetzt hast in irgendwelche Sachen. Also, ich würde jetzt nur sagen, wie gesagt, am Anfang weiß man nicht genau die Beziehung zwischen den beiden. Bis sie dann herausfinden, dass Colin Farrell durch einen Fehler oder auch nicht, das wird nie so richtig klar. Aber, finde ich jedenfalls, und ist auch gar nicht so wichtig, ist auch gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist der unter seiner Hand gestorben bei einer Operation, der Vater des Jungen. Wenn der Chirurg betrunken war oder auch nur Alkohol in sich hatte, dann war das auf jeden Fall mindestens Fahrlässigkeit. Das auf jeden Fall, ob jetzt der Fehler dann passiert ist oder ob er sowieso gestorben wäre oder ob es ein großer, gut, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall ein Fehler natürlich in dem Hinsicht. Aber wir wissen es schon nicht so genau und wie kommt der Junge eigentlich darauf, das so zu bewerten? Ja, das muss, wie, der Chirurg kann ja nicht so bescheuert gewesen sein, ihm das zu sagen, so nach dem Motto, du, ich habe aus Fahrlässigkeit deinen Vater gekillt und jetzt kümmere ich mich mal ein bisschen um dich oder so. So wird es ja wohl nicht gelaufen sein, oder? Ja, so fühlt sich ja, genau, er muss darauf spekulieren. Und dann war es ja so, dass der Junge ja dann irgendwann sagt selber, mein Vater war kerngesund, alles war in Ordnung und, 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 ne, körperlich, bla, bla. Und das war so eine Standardoperation, da hätte nichts passieren dürfen. Das erst mal, ne, vielleicht hat er sich auch hinterher informiert und so, ne. Und dann ist er ja schon in dieser Familie integriert und gehen wir mal davon aus, dass er jetzt ein bisschen mit der Tochter gesprochen hat oder ein bisschen umfällt und dass er vielleicht Alkoholiker war und sowas alles, ne. Und weil, da sagen sie ja, bei dem Fest, bei der Feier, da sagen sie ja, er ist jetzt trocken und so, ne. Da hört man ja das schon heraus. Und vielleicht hat er es auch mitgekriegt durch die Familie irgendwie, weißt du? Auf der anderen Seite, wenn mein Vater bei einer Herzoperation stirbt und mir der Chirurg danach wochenlang und monatelang irgendwelche superteuren Uhren schenkt, sich mit mir trifft und sonst wie, dann habe ich schon ein komisches Gefühl und denke, der hat schlecht gewissen oder so. Genau, das meinte ich eben, habe ich gar nicht gesagt, ne, oder? Habe ich das nicht gesagt? Ne, du hast zuerst nur darauf hingewiesen, dass die Fakten, die Umstände, dass der Vater zum Beispiel nie getrunken oder geraucht hat und so weiter, davon sprachen, dass das möglicherweise durch Fahrlässigkeit passiert ist. Okay, ne, genau, das Ding ist nämlich, dass er eben so lange sich um ihn kümmert und dass das meist ein schlechtes Gewissen ist, ne, weil das schon übertrieben ist und wie du sagst, dann mit dem Geschenk schon quasi in der Spitze gipfelt, ne. Und er dann irgendwann halt, wie wir eben beschworen haben, so ein Klick-Ding macht, dass er sagt so, wieso macht er das? Da muss was sein und so, ne. Wie du halt gesagt hast, ne, weil vorher noch benebelt durch den Tod. Okay, dann habe ich doch mal eine doofe Frage. Ja. Also der Typ schenkt ihm ja eine Uhr mit einem Metallarmband und der Junge tauscht es dann um und hat dann ein Lederarmband an der Uhr. Ja. Ja. Ähm, hättest du das auch gemacht? Nicht sofort, irgendwann vielleicht, aber erstmal nicht, weil das ist ein Geschenk und da würde ich ja nichts dran ändern. Genau, darauf wollte ich hinaus, ne, das, äh, wäre mir auch peinlich gewesen, einfach so das so zu machen, ne. Ja, naja. Was war vielleicht schon das erste Auflehnen, weißt du, so? Meinst du, ja, okay, ja. Das war echt eine geile Ahnung. Kann alles sein. Weil, wie gesagt, wir wissen erst nicht, was mit der Beziehung ist, dann kommt es langsam raus, ne. Man denkt erst so, auch weil Cole Farrell mit, äh, Nicole Kidman diese komische Liebesbeziehung da hat. Und, äh, diese komischen Sex, äh, Spielchen, Fetische, indem sie sich totstellt, beziehungsweise, ähm, wie heißt das nochmal? Narkose. Genau, narkosiert, äh, narkosiert, äh, in der Narkose und so viel. Narkotisierter. Narkotisiert, genau. Aber nur zum Anschein, ne? Ja, ja, das ist schon klar. Nee, Entschuldigung, äh, scheinbar, scheinbar. Scheinbar. Solche Sachen, und die Tochter, dass sie anscheinend auch gesehen hat, und wie sich das denn aussieht, die jetzt dann ja auch, als sie da mit ihm, ne, Schlafbeute dasselbe gemacht hat, sie auch, äh, narkotisiert dargestellt hat, hingelegt hat. Ja, das war auch das Erste, was ich gedacht habe, als die Tochter sich dann da so hingelegte. Aber das muss nicht sein, also, ähm, ähm, ja, nein, ich will jetzt auch nicht aus dem Staatsmann der 60er-Fahrungen sprechen. Also so weit müsste man jetzt noch nicht gehen, dass sie jetzt dieses, äh, narkoses Spiel, äh, nachahmen wollte, ne? Ja, aber ich finde schon so ein bisschen so dieses nicht nachahmen, aber da sieht man so, also wenn dann überhaupt nachahmen, ohne so zu wissen, was sie da macht, weil sie das halt bei den Eltern gesehen hat und sich natürlich nicht auskennt und Teenager ist und dann macht man halt erstmal die Sachen so, die in die Richtung gehen, wo man so noch keine Erfahrung hat, ne? Ich glaube, das war einfach nur eine 14-jährige Jungfrau, die sich in einer Weise präsentierte, die dann so eine Art passive Klamotte war, ne, so nach dem Motto, so jetzt mach mal so. Ja, würde ich dir immer recht geben, aber nicht jetzt in dem Fall, weil sie legt sich genau so, wie sie legt, ne? Nein, 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 ja, ja, okay, du hast recht, ne? Es drängt sich, es drängt sich vollkommen auf, dass das jetzt nachgeahmt wird, ne, was sie möglicherweise da aufgeschnappt hat von ihren Eltern. Ja, naja, und bei dem Film, äh, muss man gar nicht darüber spekulieren, ob sie das eventuell heimlich, äh, äh, gemacht hat, möglicherweise haben die Eltern sie sogar dazu eingeladen, mal zuzukommen. Naja, so ungefähr stand sie in der Tür und dann war sie nicht überrascht, so, oh, tut mir leid, dass ich euch erwischt habe, das macht nichts, Tochter, möchtest du hineinkommen, du kannst ruhig zuschauen, falls du möchtest, sowieso. Naja, ja, ja, so ungefähr. Jetzt hast du schon ein bisschen die Sprechweise nachgeahmt und ich muss sagen, einerseits kommt es irgendwie monoton rüber, ne, irgendwie, aber trotzdem ist doch ein Stimmklang da und auch eine, 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 ja, eine Klang, ein, 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 ein Sprachklang sozusagen da, ja, eine Sprachmelodie, die, die bloß komplett anders ist, als man das gewohnt ist, ne. Ja, also, weil es auch. Es ist gar nicht so leicht nachzumachen. Ne, das nicht und es ist halt auch so im Zusammenhang und betont eigentlich nur diese, diese Emotionslosigkeit, weil alles ja nach außen preisgegeben wird. Jeder Gedanke wird ja einfach gesagt, ausgesprochen und das emotionslos aber quasi, also ohne Handlung, ohne Wut, ohne Trauer oder dergleichen findet ja quasi nie statt so richtig, außer dann in Ausnahmefällen zum Schluss hin. Und was für mich dann auch so negativ war, weil die ganze Zeit sprechen die immer ihr Gedanken aus, sagen, was Sache ist, auch auf der Party, so jeder Mensch, ne, das ist so eine Welt irgendwie. Auch bei der Mutter von dem Jungen, wo sie da sind und so, jeder sagt immer, was er denkt, jeder macht immer, jeder ist immer ehrlich sozusagen dann ja auch, wenn er sagt, was er denkt. Und das zieht sich ja durch den ganzen Film durch. Das macht es ja so interessant und so, diese trockene Art und Weise. Dann, wo man, bricht aber irgendwann Colin Farrell extrem damit. und schreit dann doch und weint und solche Sachen und kriegt Gewalt ausbrechen und so. Und das war für mich irgendwie, hat für mich nicht funktioniert auch. Verstehst du, was ich meine? Weil jeder hat ja selbst, wenn er Wut hatte oder Sachen, wo man traurig sein müsste oder sauer oder irgendwas oder was weiß ich für Emotionen, wird es immer so trocken ausgesprochen und direkt und ehrlich. Und hinterher fängt er ja an das Lügen an und so weiter, beziehungsweise dann auch, ne, wird alles emotionalisiert dann noch, ne. Ja, man weiß ja in so einem Fall dann auch nicht, ob jemand Emotionen zurückhält oder von vornherein emotionslos ist, ja. Also in diesem Film kriegen wir es nicht mit. Warum nicht? Weil es durchgehend so läuft, ja. Es ist durchgehend. Ja, für mich ist das einfach ein Stilmittel des Films jetzt, ne. Natürlich, ganz klar. Ja, es nervt total. Aber auf der anderen Seite, ich sehe da auch zum Teil so einen Kontrast zwischen dem, sagen wir mal, Bedeutungsvollen, wenn es um Leben und Tod geht, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass man Banalitäten total im Dialog weitläufig benennt und beschreibt und so weiter, ja. Die überhaupt nicht interessieren, sozusagen, ne. Ich meine, weißt du, wenn jetzt zum Beispiel zwei Chirurgen gerade nach einer Herzoperation im Flur rumlaufen und sich über eine Uhr unterhalten, ey, vollkommen okay. Warum nicht? Die haben ja auch einen gewissen Abstand, ne, den wir so nicht haben, wenn wir jetzt erstmal so ein offenes Herz sehen, ne. Also mir geht es jedenfalls nicht so toll damit. Jetzt kommen die da raus und reden über was Banales für diese Uhr und so weiter, was aber vollkommen okay ist. So im Alltagsleben redet man viel über solche Banalitäten auch und so weiter. Aber die machen das in einer Weise, ja, als wenn, von der Form nach, wie sie darüber reden, könnte man glauben, die reden jetzt über was ganz Wichtiges, was bei der Operation abgelaufen ist. So, verstehst du? Dadurch wird es nochmal verstärkt, also dadurch wird es noch stärker banalisiert, sozusagen. Oder die Figuren werden quasi fast banalisiert dadurch, ne, dass sie nichts zu sagen haben. Und wenn man den Jungen mit dem Mann sieht, haben die sich wirklich was zu sagen, ne. Die labern auch nur Banalitäten runter, bis es natürlich irgendwann mal dazu kommt, dass der Junge mal eben ganz schnell sagt, was Sache ist, ne. Und ich hoffe, das war jetzt schnell genug, ne. Aber ab da, ich meine, irgendwie hat es mir ab da gar nicht, es war zwar ein bisschen traurig irgendwie und dass die da nicht mehr gehen können, das war echt krass dargestellt, ne. Und was erzählt dann diese Schrittweisen, was dann passiert, langsam dies, das, nichts mehr essen, irgendwann bluten die Augen und dann kurz danach stebt er. Ähm, und es tut einem richtig leid da, wenn man die sieht und die nicht mehr gehen können. Aber die selbst auch, die Kinder, die haben mir nie geweint, nie rumgeheult, ne. Der Junge hat auch immer gesagt, ganz direkt so, ja, damit fühle ich mich unwohl, das ist doof, ich hab keinen Hunger. Und sowas alles, ne. Die Tochter tröstet ja sogar noch die Mutter an einer Stelle und sagt, ja, alles easy und so, ne. Du musst dann halt nur was in Reichweite alles haben. Ja, genau. Und hinterher sagt er zu dem Jungen, damit der MP3-Player ist, was Schlimmes passiert. Ich habe meinen MP3-Player verloren, dann hab ich nochmal meinen MP3-Player verloren. Und du hast einen MP3-Player, wenn du stirbst, kann ich den haben, bitte. So, das war so gut. Ey, du hast es jetzt gut nachgeahmt. Ähm, und das ist halt, man denkt immer, was kommt da und da kommt nix und es, ja, es ist wie Figuren. Aber wie gesagt, mich stört's dann. Und für mich ergibt es keinen richtigen Sinn, wieso dann Nicole Kidman irgendwann sauer wird und auch den Arm zerdrückt, ne. Von dem Mädchen, ne, und von der Tochter. Und auch eben, dass Colin Farrell dann doch so durchdreht und emotional wird irgendwie. Was gar nicht in der Welt existiert für mich quasi. Also, dass schon sowas Heftiges passieren muss, dass sie vielleicht so werden. Aber irgendwie hat das für mich überhaupt nicht, mich hat diese Geschichte auch nicht so richtig interessiert. Auch wie er sich am Ende entscheidet. Das hat mich gar nicht so, und dafür fand ich den Film klar, sehr stylisch gemacht irgendwie. Auch mit dem Weitwinkel der Kamera und die Bilder. Weil es hat mich alles gar nicht so richtig abgeholt insgesamt. Auf keiner Ebene. Hm, geht mir genauso. Wobei bei mir das noch durch was anderes zustande kommt. Also, äh, in so einem Film können ja verschiedene Erzählstränge nebeneinander existieren, sich kreuzen und sonst was alles. Wir hatten das beim letzten Film ja auch. Ja, es ist einmal die Geschichte der Frau gewesen und dann geht es aber auch um, um mehr um die Gesellschaft und so weiter. So, und dann suche ich das auch oder ich sehe es dann und verbinde es und so weiter. So, und jetzt, äh, habe ich so in diesem Film so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, äh, wo ich, äh, aber trotzdem irgendwie nicht so richtig zusammenfügen kann. Und zwar, ähm, da wird einmal, äh, 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 natürlich, also, äh, ich sag mal, äh, ist das jetzt eine spezielle Form des Humors, wenn man, äh, mit einer Sache konfrontiert wird, mit der man überhaupt nicht rechnen kann. Wie zum Beispiel, dass ein renommierter, äh, 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 ja, seinem Sohn im Krankenhaus erzählt, wie er seinen alkoholisierten Vater einen runtergeholt hat. Ey, ich hätte es beinahe gar nicht so aussprechen wollen. Dann die anderen Szenen des Sexes, wobei es einerseits auch wieder quasi banalisiert wird, nämlich als die Nicole Kidman dem Kollegen des Chirurgen da im Auto einen runterholt, während sie gleichzeitig mit ihm über irgendetwas redet. Da ist es dann ja auch irgendwie wie so eine technische Nebensache oder so, wie eine Fußmassage, könnte man fast sagen. Dann wieder diese Geschichte mit dem Koma, was ja schon so ein bisschen so nekrophile Bezüge hat, wenn man es mal ganz krass sehen wollte und so weiter und so weiter. Ja, da könnte ich mich fragen, was sollte das? In einem anderen Film ergänzt sich, ergänzt das irgendetwas, also eine Aussage oder zu einem Rückschluss oder keine Ahnung was oder passt halt zu den Charakteren und beschreibt sie nicht oder was auch immer. Aber was sollten jetzt diese abnormalen Sexualklamotten da jetzt transportieren? Was sollten die? Naja, also gut, jetzt wo du es so sagst, also das sind ja alles keine Figuren quasi, weil keiner hat irgendwelche Bedürfnisse so richtig, ne? Aussage so ganz normal, diese Standart vor sich hin leben und so, aber keiner hat irgendwie, ich sag jetzt mal ganz doof, so ein richtiges Hobby oder so. Selbst das meiste, was nach Emotionen rauskommt und auch sehr technisch dargelegt wird, ist ja das Singen von der Tochter irgendwie. Aber das wird auch so technisch und perfekt und eben so emotionslos gemacht eigentlich das Singen an sich, was ja eigentlich was emotionsvolles ist, ne? Wirst du durchgezogen, auch das Atmen, ja das machst du gut und so weiter. Erst als der Junge reinkommt, entsteht so ein bisschen was, dadurch, dass sie auch mit ihm weg will und dass sie raucht und so, oder dass er raucht und so, ne? Bringt so ein bisschen Wind so in die Sache. Aber alles sind leblose Maschinen irgendwie. Oder Götter. Und, ja, oder eben Götter. Und, ja, da können wir auch noch gleich hin raus. Und dieses Totstellen passt natürlich dazu, weil letztendlich sind es nur tote Wesen quasi, ne? Oder dieses Beweglose irgendwie, ne? Und die können sich auch nicht gefühlt frei bewegen, weil sie halt an der, an denen gefesselt sind, woran sie halt gefesselt sind im Leben. Gut, dann frage ich dich eins. Da der Chirurg ja nicht von Anfang an erpresst wird, was für mich wesentlich mehr Sinn ergeben hätte. Ich verstehe schon mal auf den Ausbild. Ja, wieso hat er dann überhaupt ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Jungen? Ja, das haben wir vielleicht falsch ausgedrückt. Vielleicht ist es kein schlechtes Gewissen, sondern einfach nur etwas, was man da machen muss. Ich habe deinen Vater getötet, ne? Dessen ist er sich dann wahrscheinlich bewusst. Also kümmere ich mich um dich, ne? So, das Ding. Also geben, nehmen. Die Funktion. Und nicht wirklich, ähm, nicht wirklich ein schlechtes Gewissen. Haben wir jetzt immer so ausgedrückt, weil so wäre es eigentlich. Nennen wir es mal so. Und das Ding ist halt, wie gesagt, das wäre super interessant auch, alles auf menschliche Hüllen hinunterzubrechen, die funktionieren in ihrer Welt. Und solche schlimmen Schicksalsschläge aber da hinein, hineinzufügen. Und das auch bis zum Ende konsequent so durchzuführen, dieses Emotionslose. Ich meine, er geht ja letztendlich auch damit um, mit einem logischen Ding. Also wenn er, dass er dann dieses Ringerei spielt, was auch ein bisschen witzig war, weil ich dachte, alter Schwede, du wirst ja nie einen treffen, ne? Also so ungefähr. Okay. Er rückt ihn eher zusammen, dachte ich so, ne? Dass der Kreis kleiner ist und er holt dir eine Uzi, ne? Ähm. Auf jeden Fall, dass der Radius größer ist. Und das macht er ja wieder konsequent und logisch, zieht es durch. Und danach geht es ja einfach straight weiter, ne? Am Ende auch, ne? Ja, ich meine, wenn der, wenn der Vater, also der Chirurg, äh, seinem Sohn die Donuts, Donuts in den Mund presst. Ja. Oder ihn einfach aus dem Rollstuhl hebt und wups, einfach mal so fallen lässt, so nach dem Motto, ne? Ja, das sah auch cool, heftig aus, irgendwie. Ist das dann einfach nur, sagen wir mal, so eine gewisse, ähm, Frustration des Fachmanns, der einfach nicht mehr weiter weiß und, äh, oder siehst du da auch schon irgendwo, dass der Mann eben doch Emotionen hat und jetzt ein bisschen am Durchdrehen ist? Ja. Aus der Verzweiflung. Er dreht ja nachher durch, aber ich würde schon fast sagen, dass er einfach so logisch denkt, dass er sagt, wir haben jetzt alles probiert. Alle Sachen, und es ist eigentlich unmöglich, dass das so ist, wie es ist. Deswegen kann es nicht sein. Deswegen musst du eigentlich gehen können. Weil alles Logische sind wir durchgegangen, ne? Mhm. Das ist ja sowieso interessant hinterher. Ich meine, das kann man auf vieles ansetzen, gerade heutzutage. Es hat natürlich einen hohen Stellenwert, aber jetzt wird es auch schnell als Ausrede genommen, dass er sofort sagt, wieso, dass sie das nicht sofort als psychosomatisch abklären wollen, ne? Weil sofort immer gesagt, so, naja, wir haben zwei, drei Sachen gemacht, das muss psychosomatisch sein und so, ne? Also dieses Ding halt, ne? Das wird ja heute, so sehr es auch stimmt meist, äh, wird das schnell immer so als Ausrede genommen, ne? Aber so denke ich das auch. Und dann weißt du halt nicht weiter. Und das ist vielleicht dann doch, dass dieses System, wenn alles Logische nicht mehr da ist, dass dann vielleicht man aus der Hülle ausbricht und dieses Emotionsding kommt. Das macht es vielleicht kaputt, wenn das System kaputt ist. Das kann sein. Deswegen dreht er durch. Okay, jetzt haben wir es doch so ein bisschen. Also letzten Endes unterm Strich, aufgrund der Art und Weise, wie die reden, aufgrund der teilweise bizarren Dinge, die da ablaufen und so weiter, mit denen man nicht rechnet, nicht besonders, als der dem Jungen diese Geschichte erzählt. Ach so trocken, ne? Also das ist natürlich dann nochmal witziger, deswegen, ne? Erfährt man einerseits doch auch etwas aus dem Bereich des Intimen, wenn man so will. Ja. Und trotzdem bleiben die Figuren, äh, also trotzdem sind die Figuren nicht greifend. Genau, heißt alles, aber auch irgendwie nichts, ne? Ja, und das gilt letzten Endes für alle Figuren. Von der Tochter weiß man einfach nur, dass sie jetzt da, äh, da irgendwie, äh, was mit dem Martin da irgendwie durchziehen will. Und das ist ja auch logisch, weil in dem Alter macht man was mit Jungen. In dem Alter ist von der Natur vorgesehen, ab da vermehren. Also ist das noch nicht mal was Emotionales so gesehen. Genau, hat mit Liebe nichts zu tun, hat mit Martin nichts zu tun und letzten Endes ist auch die Verhaltensweise der Leute, alles, was da so ist, irgendwie, da fehlt die Liebe ganz einfach. Da ist nichts, äh, nichts Lebendiges irgendwo. Also stark reduziert. Wenn die Frau zu ihm sagt, ich kann noch schwanger werden, du kannst auch noch befruchten, lass uns, äh, den Jungen töten oder einen von beiden und dann können wir noch ein Kind machen. So auch ganz kühl und so. Ja gut, aber wem hättest du diese Überlegung in den Mund gelegt? Hätte das jetzt der Martin sagen sollen stattdessen? Nee, keiner hätte das sagen sollen. Ja, aber wenn es keiner sagt, dann fehlt etwas, denn letzten Endes, ein bisschen wurde ich schon an Saw erinnert, ne? Nach dem Motto, hey, du kannst jetzt den Arm abschneiden, dann bist du aber weiterhin am Leben. Und hier eben auch dieser Effekt, so, ja, du kannst ja jetzt einen töten und dann leben die anderen aber wenigstens weiter. Wobei ich mich gewundert habe, der Bob, der Junge, ja, der war ja schon am Bluten aus den Augen, das heißt, sein Tod war ja jetzt schon festgelegt. Da gab es ja keine Rettung mehr, dass die Tötung dann trotzdem... Das weiß ich nicht, das habe ich nicht, weiß ich nicht, ob das so war, dass es dann gar nicht mehr geht. Er sagt dir nur, dann stirbt er bald, aber... Nein, nein, er hat jetzt nicht gesagt, dass die Tötung dann, äh, nicht mehr zählt, das hat er nicht gesagt. Nein, nein, ich meine so, dass er das, ähm, ob es dann nicht noch möglich ist, den zu retten war. Wir wissen ja eh nicht, worum es sich handelt, wir wissen ja nicht, oder... Keine Rettung. Wir wissen, bist du sicher. Wenn aus dem Augenblut, wenn die dritte Phase erreicht ist, dann ist die vierte quasi vorprogrammiert. Hat er meiner Ansicht nach so... Nee, er hat nur gesagt danach, er hat es nur gesagt in der Reihenfolge, was dann passiert. Das ist das Letzte und dann stirbt er bald. Aber das heißt nicht, für mich, dass es da nicht mehr aufhaltsam war, dann wäre es echt Quatsch gewesen. Das wäre Blödsinn dann. Also, selbst gerade in dieser logischen Welt. Und, ähm... Weil ich den Film nicht nochmal gucken will, lasse ich es dabei. Sonst würde ich jetzt wirklich nach... Ich gucke nachher nach und dann reicht immer das nach, wenn wir nochmal... Ist klar, da weißt du schon die Antwort, ne? Natürlich, du hattest recht, oder was? Ja! Auf jeden Fall, sonst schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr das wisst. Auf jeden Fall, ähm, ist das Ding... Das einzig Logische wäre gewesen, oder das Beste wäre natürlich, wenn er sich selbst umgebracht hätte, ne? Das ist halt das Ding. Dieses wurde ja nie in Betracht gezogen. Siehst du das als Lösung? Ne. Doch, auf jeden Fall. Ja gut, für ihn selbst, weil er dann aus der Entscheidung raus ist. Ne, aber, ja, aber dann hätte der... Das ganze Konstrukt hätte ja keinen Sinn dann für den Jungen auch, ne? Der hätte die Kinder trotzdem sterben lassen. Kann sein, aber ich meine jetzt so, ne? Wenn man schon drüber nachdenkt, dann lieber so, ne? Oder wenigstens fragen, wenn ich mich selber umbringe, ne? Weißt du so? Ja, Fragen hätte er können, Fragen hätte er können. Du. Aber du, die Frage kam ja auch auf. Ich weiß nicht, ja? Doch, doch, doch. Doch, ich glaube, Nicole Kidman hat in einem Gespräch mit dem Jungen das dann so aufgegriffen mal an einer Stelle. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Kriege ich jetzt leider Gottes nicht so genau hin, hätte ich mir notieren müssen, habe ich als, habe ich jetzt nicht so als wichtig erachtet. Deswegen habe ich das jetzt nicht mehr so richtig im Kopf. Ja, aber ist ja schon wichtig. Also, weil das ja da sozusagen der Film, ne? Wie er endet und wessen Lösung. Und wir sehen ja am Anfang da zwei, dreimal, ich glaube es sind nur zweimal, aber drei Propeller richtig immer schwingen, ne? A la Decke. Ja, ein Propeller. Und dann am Ende dachte ich so, auch was soll das und so, ne? Gibt eine coole Atmosphäre und alles, ne? Und dann zeigt er es nochmal, ich glaube echt nur zweimal. Und am Ende dreht er sich ja wie so ein Propeller auch, ne? Also es ist wieder doof, ne? Aber du weißt schon, also so die Mühle irgendwie, das Drehen, der Kreislauf, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch witzig dann so mit den Bildern, ob das dann so gewollt ist oder nicht. Ja, ich hatte das Gefühl, dass durch Bilder, aber eben auch durch Sound teilweise das dargestellt werden soll, was möglicherweise doch im Inneren der Leute vorgeht, ohne dass das wirklich so zum Ausdruck gebracht wird, richtig. Das heißt, als der Mann zum Beispiel, dass jetzt damit konfrontiert wird, dass sein Sohn nicht mehr laufen kann und so weiter und so weiter, da ist dann auch so ein komischer Soundeffekt, so ein Durcheinander, so wie Chaos sozusagen. Ich habe mir gedacht, okay, so fühlt man sich in so einer Situation als Vater möglicherweise, ja? Ein Donnern in der Birne, ein Chaos und so weiter und so fort. Dass das auch durch Bilder und so weiter halt deutlich gezeigt wird. Ja, aber genau wie du sagst, es ist ja eher dieses Chaos und Durcheinander, was auch bei einer Software sein kann und dann funktioniert es nicht mehr richtig, ne? Also dieses Logische fehlt halt, weil er sagt, ne? Und es gibt keinen, das ist so, als würdest du eine unmögliche Aufgabe halt stellen oder dergleichen, ne? Eine, wo es keine richtige und gerade muss, ich meine, er fragt den Lehrer der Kinder und so, ne? Er versucht es dann wirklich so logisch wie möglich zu machen. Wer ist besser in der Schule? Und so, ne? Solche Sachen halt, ne? Wer hat eine bessere Zukunft quasi? So irgendwelche, wo man es so an Zahlen festmachen, ne? So was alle gerne machen, irgendwie Filme mit Zahlen bewerten oder so. Was eigentlich auch bei Filmen eigentlich völliger Quatsch ist, ne? Aber so für sich gesehen kann man es natürlich machen, aber so an Kunstwerken und emotional appellierenden Werken halt, ne? Ja, ich sehe das. Ja, sag ruhig. Sag du. Außer es ist was Negatives. Nein, also ich sehe das so. Wir haben hier eine Erpressung, eine quasi aussichtslose Situation. Natürlich kennen wir das von Filmen, dass Protagonisten in ausweglosen Situationen sind und finden dann plötzlich irgendeine Lösung, mit der wir niemals hätten rechnen können. MacGyver und so weiter. Und so weiter. Und hier haben wir so was Bedrohliches. Gibt auch andere Action-Filmbeispiele, wie mit Bruce Willis beispielsweise, der durch die ganze Stadt gejagt wird und irgendwelche Aufgaben erfüllen soll, weil sonst irgendwo eine Bombe losgeht und so weiter. Und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als von A nach B zu hetzen. Wie geht das aus? Wie löst sich das auf? Und da ist es auch überhaupt nicht wichtig, zu wissen, warum derjenige, der ihn dazu zwingt, warum er ihn bedroht. Du hast natürlich ein Beispiel genommen, weil da ist es ja ganz, ganz unwichtig, was ich erinnere. Jetzt bei Stieb langsam drei. Darum habe ich es genommen. Und jetzt in diesem Film hat es also schon doch eine Bedeutung. Da gibt es einen Bezug. Warum? Wieso? Weshalb? Und dann frage ich mich, soll das eine Art Rechtfertigung sein? Soll uns das Ganze verständlicher sozusagen machen? Ja? Der Junge hat seinen Vater verloren und so weiter. Aber wir können kein Verständnis dafür aufbringen, weil der Junge sich speziell dazu ja eigentlich überhaupt nicht äußert. Das heißt, wenn er jetzt in der Ecke liegen würde und weinen würde, mein Vater, ich habe ihn so vermisst und so weiter. Stattdessen faselt er irgendeinen Scheiß von, wie sein Vater die Spaghetti ist und so ein Schwachsinn. Verstehst du, was ich meine? Ja, das war echt eklig. Diese Spaghetti-Szene war echt gut. Alter Schrede. Er vermisst wahrscheinlich die beste Szene von dem Typen, von dem Martin. Und dann zeige ich sie Nicole Kidman im Gegenschuss, minutenlang gefühlt, ohne eine Regung im Gesicht. Also das ist ja auch ihre Lese und so. Und sie war da gerade nicht mal mehr so vollgespritzt wie des Öfteren. Ja, aber da kommen wir jetzt ja auch mal drauf hinaus. Ich meine, er wird ja direkt im Titel schon drauf angespielt. Und dann wird es nochmal, also bei dem Lehrer ist ja auch benannt, hier Epigenia, die griechische Mythologie, worauf der Film ja so grundlegend passiert. Ja, die Tochter hat eine Schularbeit oder es ist Thema in ihrer Schule und das wird erwähnt. Und ja, da gibt es ganz offensichtlich einen Bezug, ganz klar. Also den Rachefall, wie bei Evgenia. Evgenia wird es ausgesprochen. Ich weiß nicht, Epigenia, Evgenia. Ja, weil, aber ich finde trotzdem ist es jetzt nicht so vergleichbar, weil gut, das Grundlegende, er tötet da anscheinend so ein heiliges Reh halt, wie es halt da ist, in seinem heiligen Garten, göttlichen oder was auch immer. Und dann zur Strafe. Er darf ja nicht weiter. Nee, ich glaube, das war nicht der Grund. Das war nicht der Grund, dass er den Hirsch getötet hat. Okay. Das ist meine persönliche Meinung. Ach so, persönlich. Okay, so wird es meist zusammengefasst. Wenn ich die christliche Mythologie gelesen habe, noch und nöcher glaube ich, dass der eigentliche Grund war, dass er daraufhin behauptet hat, er wäre ein besserer Jäger als ja, Artemis, ja, dieser Frau gehörte ja der Garten, wo er den Hirsch erlegt hat. Und er meinte, er wäre ein besserer Jäger als sie. Ah, okay. Also, ja gut. Und, aber, ja gut, ist jetzt auch nicht, aber du meinst jetzt so vom Moralischen her, ist es natürlich dann, gut, grundlegend ist es natürlich, dann liegt es trotzdem der Tötung, weil hätte er den nicht getötet, würde er es ja nicht sagen. Und der Verlust, der Verlust eines Hirsches im eigenen Jagdrevier jetzt mit dem Verlust des Vaters quasi gleichzusetzen, ist ja schon irgendwo auch verrückt, ne? Nein, so sehe ich das ja nicht, aber wie du sagst halt, du hast in meinem, das war ja alles schon irgendwie so mit drin, du sprichst es nochmal aus, sodass man seine Ehre, wieso gehst du überhaupt in meinen Garten, wieso tötest du da etwas und so, ne? Das ist ja schon alles so persönlicher Angriff quasi, ne? Okay, dazu gebe ich einen Hinweis. Die Griechen, das sieht man also auch schon bei Odysseus, der später die Nebenbuhler alle tötet. Und das ist in dem Sinne auch nicht, es war nicht der Grund, weil die jetzt irgendwie seine Frau haben wollten oder so, sondern sie haben versucht, ihm seine Welt zu nehmen. Also bei Odysseus kommt klar rüber, dass ein Mann nicht versucht, die Welt zu erobern, sonst hätte er sonst wo bleiben können, als Halbgott oder sonst wo, sondern seine eigene Welt aufzubauen, seine eigene Familie sozusagen aufzubauen. Ja. Und die gilt es zu verteidigen. Und hier haben wir diesen Garten von Artemis und ich denke mal, dieser Jäger hat sozusagen nicht irgendwie einen Teil geklaut oder weggenommen, sondern ihre Welt streitig gemacht, sozusagen, ja? Das spielt ja eine große Rolle bei den Griechen sozusagen, ne? Ja. Kann man das mit dem Film in Beziehung bringen? Ja, denn der Sohn beschreibt es bei der Spaghetti-Szene mehr oder wenig auch so ein bisschen so, dass seine Welt sozusagen damit zerstört. Es ist nicht nur einfach so, dass der Vater nicht mehr da ist, sondern die ganze Welt auch drumherum ist irgendwie kaputt. Ja, ist ja logisch. Also, natürlich wird es immer ausgesprochen und dafür sind ja die Filme da und jetzt, wie du es sagst, und Mythologien, weil immer Sachen, die vorgehen und Vorgänge im Leben und Gesellschaft und soziale Folgen dann genauer erklärt werden. Also, es ist ja klar, also, dass das, was daraufhin passiert, dass ja nicht der Tod an sich ja das wichtig ist, sondern es ist ja wichtiger, dass mein Vater nicht zuguckt, wenn ich Fußball spiele, dass alles drumherum, diese ganzen Sachen und alles da verschwindet und meine Mutter schlecht geht und man, die Geborgenheit, wie man aufwächst und so, diese ganzen anderen Kleinigkeiten, diese Welt halt. Also, das ist ja immer so für mich gut, natürlich mit drin. Also, ich hätte diesen Bezug vielleicht sogar noch nicht mal erwähnt oder sogar vergessen. Ich sage dir auch ganz klar, warum. Als die Tochter Evgenia erwähnte, da dämmerte es mir, okay, du hast es jetzt zur Sprache gebracht, deswegen bin ich darauf eingegangen, mich stört dabei nur eins. Da serviert einem sozusagen der Film eine Erklärung oder einen Bezug auf ein Silbertablett und ich reagiere natürlich sofort darauf, ja, und reiße mir diesen Brocken in die Birne und versuche jetzt daran, irgendwo was aufzuschlüsseln, diesem Film ja eben doch noch eine tiefe Bedeutung zu gehen. Ich fand das auch schrecklich, dass er das nochmal erwähnt hat. Ich meine, der Titel reicht da eigentlich schon, ist ja in Bezug drauf, aber das nochmal zu erwähnen. Und das ist auch eine Irritation für mich, weil, ja, in dem Mangel anderer Hinweise habe ich mich dann gedanklich schon mal kurzfristig voll darauf gestürzt, da versucht, andere Sachen abzuleiten. Und das war halt eine Irrfahrt, also das war nix, das war eine Sackgasse sozusagen. Ja, wie gesagt, das ist nur so ein Thema, er macht was und dann will der andere, stoppt die Flotten, die nach Troje da auf dem Weg waren und dann soll er seine Tochter opfern oder soll er etwas opfern oder er macht das einfach, ich weiß es gar nicht, ist das ja die Frage. Auf jeden Fall hat er seine Tochter dann geopfert und dann durfte er weiter. Das ist dieses Opfer. Wie hieß der nochmal, Agamemnon? Genau, Agamemnon, ja. Da waren sie alle am Stab bei der Odyssee, da waren sie ja alle da. Ja, gut, du, ich sag mal so, wenn man jetzt, sagen wir mal, eines doch über Götter schreibt und so, und dann auch beschreibt, wie sie vielleicht Sex haben und so, dann ist das vielleicht sogar noch sinngebend, weil man plötzlich das Gefühl hat, oh, diese Götter, denen fehlt die menschliche Emotion und dadurch kommt das dann so rüber. Aber hier in diesem Film werden Menschen dargestellt, wird eine Geschichte quasi erzählt und da finde ich diese ganzen bizarren Klamotten, so extrem wie sie sind, dann dennoch irgendwo zusammenhangslos. Ich hatte gehofft, jetzt hier beim Podcast von dir vielleicht zu erfahren, wo da eventuell Zusammenhänge zu finden sind, aber nein, da wird dann irgend so ein Schwachsinn reingebracht. Genauso hätte er jetzt nochmal irgendwo eine, vier, fünf Szenen zum Thema Breitlinguhr versus Rolex bringen können, ja, verstehst du? Das ist ätzend, ist das für mich, absolut ätzend. Oder es erschließt sich mir einfach nicht, was das soll. Ja, es ist halt so, gut, man kann jetzt noch viel sagen, so, okay, Ärzte werden auch so Götter genannt, sie entscheiden irgendwie über Leben und Tod, diese ganzen Sachen und aber es ist mir jetzt so, doch so ein Konsequenzlos, also Konsequenzen sind ja da, aber nicht konsequent durchgezogen irgendwie, was du halt erwähnst, dieses Götterdingen und so weiter. Und klar ist es irgendwie ganz gut, aber letztendlich kriegt es mich da doch nicht und irgendwie habe ich dann doch keine Tiefe, die ich sehe. Man könnte jetzt vielleicht nochmal genau die griechische Mythologie noch genauer durchlesen oder die Parallelen finden, das bringt es dann aber auch nicht. Außer dass einer sagt so, ich weiß, das ist cool und so, ja, ja, genau da. Wenn einer Spaß dann hat, sowas zu finden. Genau, 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 deswegen wollte ich es zuerst noch nicht mehr erwähnen, um das zu vermeiden. Ja, aber das Ding stand halt so, äh, wie der Hirsch im Wald mittendrin, äh, in der, wie sei es, in der Lichtung, deswegen musste man das erwähnen, weil der Titel, und dann erwähnen sie es selber nochmal, das ist echt, äh. Ja, stimmt, also, äh. Aber vielleicht guckt man irgendwann nochmal in ein paar, ich, wie gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Ich meine, du kennst ja auch noch keinen Film von dem Regisseur, ne? Nein, äh, nicht, dass ich... Also, ich hab noch den neuen gesehen, Favorite, den hab ich gesehen, aber der ist nochmal ganz anders, ne, das ist so eine, äh, schon eine Komödie eher, eine dramatische, und jetzt gucken wir einfach die Filme davor mal, mal sehen, was der drauf hat, oder nicht? Dog Tooth. Ja. Wir gucken den ersten Dog Tooth. Du, äh, oder war das Bizarre einfach nur, äh, witzig gemeint? Ja, ich dachte auch schon wieder... Ja, einfach nur mal ein bisschen Dreck reinwerfen, sozusagen, in die ganze Klamotten. Weil wir hatten ja, wir hatten ja letztens hier, ähm, Midsommar und Hereditary, und da haben wir auch schon gesagt, das könnte auch eine Komödie sein, wie gruselig sie auch sind und schrecklich, und, äh, hier fühlt sich's auch so an, so ein bisschen, gerade auch, weil die Sachen, die du vorhin erwähnt hast mit den Sprüchen und wenn so trocken erzählt wird, wie gesagt, das ist schon, äh, ja. Aber ehrlich gesagt, ich, äh, konnte nicht so drüber lachen. Ich konnte nicht so drüber lachen. Also diese Story, die der dann im Jongen erzählt, ich meine, okay, jetzt lach ich doch, aber, äh, also, äh, totaler Schwachsinn. Und ich sag mal so, ne, ich hab ja mal gesagt, so der Anfang eines Films, das ist, also, weißt du, wenn ich hier sitze und vielleicht sogar Langeweile hatte und es ist mitten in der Nacht, ich kann nicht pennen und dann starte ich irgendeinen Film und dann reißt er mich sofort mit, schon in den ersten Sekunden, vielleicht durch den geilen Sound, Kamera, manchmal hab ich schon nach Sekunden irgendeine Sicherheit, das ist ein geiler Film, reibe mir die Hände, freue mich und abgeht sozusagen, ne. Und bei diesem Film, pff, da so ein scheiß verfettetes, offenes, schlagendes, noch lebendes Herz, äh, präsentiert, ja. Und das nicht für zwei oder drei Sekunden, sondern für eine gefühlte Ewigkeit. Ne, ich hab schon weggeguckt, ich hab, äh, ich hab schon weggeguckt und alles und es hörte einfach nicht auf. Da ging es mir schon auf den Sack und ehrlich gesagt, ne, im weiteren Verlauf dachte ich dann auch, ne, will der Regisseur mich nerven, ne? Will der mir auf die Nerven gehen? Ja, aber das Herz ist ja auch schon so, ne, das ist ja das, was allen fehlt halt, das Herz, ne, das Witzige. Und dass es ja halt so klinisch dargestellt wird, dass es eigentlich nur ein Organ ist und so, ne, und mehr nicht und dass es dieses, wofür es immer steht, Metapher Herz haben und so und Emotionen, dass es das gar nicht gibt. Egal. Dann, Ralf. Du, eine gute Sache gibt's doch zu sagen für den Film. Okay, ja, dann sag die noch, dann. Ich fand die schauspielerische Leistung, äh, gut. Und, also, insbesondere von, äh, von dem, ähm, Martin. Barry Keegan, ja. Aber auch Nicole Kidman, äh, Pharrell haben ihre Sache echt gut gemacht. Zu den Kindern kann ich jetzt nicht so viel sagen, das hätte ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen müssen, aber jetzt speziell diese drei, die ich genannt habe, haben schon, äh, schauspielerisch das echt gut gemacht, weil es, wenn man so einzelne Szenen für sich nimmt, einzelne Szenen für sich, zum Beispiel so Spaghetti-Szene. Ja? Äh, oder wie sie da, wie der Junge da die Rolltreppe runter geht und auf einmal doch peng aus so einer großen Kameradistanz heraus sozusagen, ja. Und, und andere Ideen, das mit dem Propeller, was du erwähnt hast, gewisse Soundeffekte. Also, diese kleinen Stückchen für sich genommen, äh, sind teilweise, äh, richtig gut, ne? Nur als, als Gesamtes, den, den Film kann ich gar nicht bewerten und wenn, dann, wäre es eine schlechte Bewertung. Ja. Ich glaube, man kann drauf verzichten, den Film zu gucken. Ja, muss denn echt, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also, es ist jetzt keine, obwohl man schon, aber da. Also, ich hab, ich hab nicht gedacht, oh gut, dass ich den gesehen habe, sonst hätte ich was verpasst. Nee, das nicht, aber irgendwie sollte man das schon mal gesehen haben, so die Art. Aber wie gesagt, ist nicht durchgezogen, da reicht dann die erste Hälfte und willst dann wissen, so, das fand ich mal interessant, dieses Klinische, wie die Reden und alles und wie die Emotionen. Aber das zieht sich halt, also nein, lieber nicht dann, weil das ist dann. Also, als eingefleischter Cineast, der sich auch dafür interessiert, wie Filme gemacht werden und so weiter, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte jetzt, ja. Aber für den, für den, für den Zuschauer, sagen wir mal, wie mich, ja, das brauche ich alles nicht, sag ich mal so. Ja gut, Raph, dann gucken wir als nächstes Dogtooth, sein erstes großes Werk, und das ist auch der gleiche Drehbuchautor, der schreibt immer mit, zusammen mit seinem Drehbuchautor, auch mit dem Griechen. Oh Mann, ich hätte mir vorgenommen, von dem nichts mehr zu gucken und jetzt sogar ein Erstlingswerk, da bin ich jetzt trotz alledem gespannt, wenn du es schon so vorschlägst. Ja, von 2009, der ist echt alt, der hat echt dann so lange nicht mehr gemacht, also. Oh, dann wundert es mich, wenn ich den Film noch nicht kenne. Das ist dann wirklich auch in Griechenland produziert, ne, mit griechischen Schauspielern und so weiter, ne. Und Dogtooth, Hundezahn, also genau wie dein Hund, der für uns so vorkommt. Wie sind ja die Hunde? Auch wieder inspiriert von griechischer Mythologie. Wer weiß, wer weiß. Weißt du gar nichts? Ich weiß gar nichts über den Film, nichts. Ach so. Ich weiß nur, das Einzige, was ich weiß, dass die Leute, die ihn gesehen haben, nichts verstanden haben. Oh, alles klar. Und dann dachte ich so, dann gucken wir den. Dann war der Film, den wir heute besprochen haben, wahrscheinlich schon gehört, das ist schon zu der Kategorie verständlich. Ja, wahrscheinlich. Aber der Film geht nur 90 Minuten. Der hier ging ja zwei Stunden. Der geht nur 90, keine 90 Minuten. Das ist doch schon mal super. Ja, hätte man durch Wegschneiden einiges verbessern können bei diesem Film. War da noch was durch den Schnitt zu retten? Ich glaube nicht, weil das Problem... Nein, nein. Nein, nein. Ich glaube nicht, nein. Okay, ja. Also, mir fällt dann da auch nichts mehr zu an. Ja, dann... Außer die Frage vielleicht noch, ich meine, Pharrell Kidman, das sind ja schon teure Schauspieler, oder? Ja. Also, wer solche Schauspielerkasse, der ist ja schon auch für die Kinokasse ambitioniert. Oder ging es ihm nur... Ich meine, klar, es ging ihm darum, dass gut abgeliefert wird. Das ist der Grund, warum man solche Schauspieler reinbringt. Natürlich aber auch, weil die bekannt sind. Also, du erfährst, dass der Film mit Nicole Kidman ist beispielsweise, und dann denkst du, okay, der kann ja nicht so schlecht sein. So denken ja viele. Ja, auf jeden Fall zieht er dann noch was. Ja, und da ist dann die Frage, die Gage macht ja auch immer sehr viel aus von den Kosten. Weißt du denn auch bei diesem Film, was er gekostet hat und was er eingespielt hat? Also, erst mal ist das Ding oft, gerade bei so kleinen Filmen, das ist ja schon so ein Arthouse-Film, kann man ja nennen fast, und auch wieder von A24, das gleiche Produktion, Studio wie von Hereditary Midsommar, dass hier die Schauspieler dann meist ein bisschen weniger nehmen, weil die wissen, was das für ein Film ist und auch mitspielen wollen. Wenn es so ein guter neuer Regisseur ist, bei dem er mitspielen kann und Colin Farrell hat auch vorher bei Lobster mitgespielt, von seinem vorherigen Film, den wir dann vielleicht auch noch gucken, wenn uns Dogtooth gefällt. Und dass sie dann schon mal weniger kosten. Klar, immer noch mehr als No-Name, aber das auf jeden Fall. Der Film, was er gekostet hat, habe ich nicht gefunden. Ich habe nur gefunden, was er eingenommen hat. Und das sind sieben Millionen. Mehr nicht? Nee, weltweit. Das kommt mir sehr wenig vor. Also jetzt deswegen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die namhaften Schauspieler doch mehr Leute ins Kino ziehen würden. Ja, aber der Stoff, der Regisseurname kennt man nicht, dann noch ein Grieche und so, viele Dings produziert, kein Amerikaner. Und da wird ja auch schon so, wer weiß wie, also die Kinos wissen ja schon, was das ist und die können ja nicht so verkaufen. Also es ist, ja, was soll man sagen? Die wussten schon, damit kannst du nicht viel werben und anfangen. Ja, dann kann man sich auch nicht darauf verlassen, wenn jetzt ein Film für Preise nominiert wurde. Eigentlich heißt das ja auch schon was, ne? Auch wenn er die Preise nicht kassiert hat. Scheint ja alles irgendwie, ja, auch nicht mehr so relevant zu sein. Ja, aber bestes Drehbuch hat er ja bekommen. Ah ja. Ne, da war der nominiert, Entschuldigung, das war ja bei Favourite, glaube ich, Entschuldigung. Aber das ist schon mal gut, weil wir reden jetzt hier ja von Kinoeinnahmen, ne? Hinterher DVD, Blu-ray und so weiter sind dann die Oscar schon gut, auch wenn eine Nominierung steht da ein großer Sticker vorne drauf. Und dann werden schon noch mal ein Tick mehr Leute den kaufen, ne? Und denken, ach, Colin Farrell und Oscar irgendwas und so, ach cool. Du, man sagt doch immer so schön, dass die Kinder, wenn sie sowas gucken, dann auch mit ihren Eltern hinterher darüber reden sollen. Und jetzt stelle ich mir so eine puritanische Familie im Mittleren Westen vor, wie der 16-jährige Sohn dann mit seinem Vater darüber spricht, dass der Typ im Film seinem Vater einen runtergeholt hat, ja? Und dann sollen sie in der christlichen Jesus-Familie dann darüber mal diskutieren, ey, also, herrlich doch. Ne, 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 da glaube ich nicht. Gut, Ralf, dann haben wir alles. Dann gucken wir uns jetzt Dogtooth an als nächstes und, ähm. Hm, ja, ich, äh, also, du kriegst, also, ich weiß nicht, ich hoffe, ja, gut, machen wir, aber wehe, das ist auch wieder so ein Film. Ja, ey, ey, wenn er scheiße ist, dann schalten wir ihn aus, fertig. Ne, äh, wenn der jetzt auch wieder scheiße ist und ich hab mir jetzt zwei Filme von ihm angeguckt, dann rufe ich den Typ mal an und verbiete ihm weitere Filme zu produzieren. Ja, gute Idee. Ne, dafür lerne ich vielleicht sogar noch Griechisch. Nee, echt nicht. Gut, Ralf, dann danke an die Zuhörer. Danke, Ralf. Bye. Bye.